Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Buch für die Kleinen und zwar diesmal ein Musikbuch. So klingt klassische Musik, also Klassik für Kinder. Es ist ein Soundbuch aus dem Ullmann Verlag und hat zwölf dicke Seiten und kostet 9,99 Euro und wird für zwei bis vier jährige empfohlen. Das ist ein musikalisches Pappbilderbuch mit sechs bekannten Melodien, wie zum Beispiel Beethovens fünfter Sinfonie. Die lasse ich auch kurz laufen. Genau, also vermutlich jedem ein Begriff. Dem berühmten Hochzeitsmarsch, dem Sommernachtstraum von Mendelssohn und einige andere, die die meisten Kinder und Eltern kennen. Die Bilder sind sehr liebevoll, finde ich, und die kurzen Texte, die hat man hier dann immer, die sind gut verständlich und passend zur Melodie, wie hier zum Beispiel beim Hochzeitsmarsch, dass man am Ende den Strauß wirft und so weiter. Also meine Kleine hat dieses Buch unglaublich gern. Es ist auch das erste Buch mit Melodien, welches wir haben und ich finde es so toll, sie so mit dieser klassischen Musik vertraut zu machen und dass auch der Name und der Komponist erwähnt werden. Also ein wirklich schönes Musikbuch für die Kleinsten. Jetzt nochmal den Hochzeitsmarsch, damit ihr das auch mal hört. Soviel zum Buch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. In der Infobox findet ihr wie immer den Link zum Buch. Macht's gut!